Hey. Hey. Und? Jetzt weißt du gar nicht, was du sagen oder tun sollst, oder? Ich... hab nur irgendwie den Impuls verspürt, dich anzurufen, aber... jetzt weiß ich schon nicht mehr, weswegen. Hey, entspann dich, ich werd's dir leicht machen. Du brauchst weder was zu tun, noch was zu sagen. Also, wir sehen uns im Unterricht, okay? Ciao. Ciao. Nein, nein. Nein, Ivan, warte. Leg nicht auf. Ich will jetzt doch noch was sagen. Du hattest recht. Ich hatte Schiss. Ich dachte nicht, dass du mich so liebst. Ich hatte das nicht geplant und... ich wollte es nicht. Aber wenigstens... hat es mir gezeigt, dass ich... aufhören sollte, andere Schuldige zu suchen und die Sch*** zu akzeptieren, die ich selbst verzapfe. Danke, Ivan. Danke, Ivan. Dass mir das alles klar geworden ist. Das war's.